Giftpuder kann wegrasieren, weil das ist auch nicht so dolle. Eigentlich haben wir ja schon Schlafpuder und Giftpuder. Quasi mit Ohrmode. Ich kann ja auch nicht, ich lege es für jedes Mal. Ich werde einfach waffen, mal... Sonnentag und Solarstrahl werde ich mal beibringen. Mehr wie Scheiße kann es nicht sein. Das nur mal so. So. Welche Attacke soll vergessen werden? Ja. Dafür werden wir Giftpuder abfangen. Ja. Und dann werde ich auch noch Schlafpuder austauschen gegen eben jenen Solarstrahl. Obwohl ich eigentlich auch Rasierblatt nehmen könnte. Aber ich weiß nicht. Solarstrahl hat derzeit noch recht wenig Feuerkraft. Deshalb werde ich eher Schlafpuder wegmachen. Eins, zwei, schwupp. Dieser Floor vergaß Schlafpuder und ich bin bereit Feuer frei und Headshot. Geht doch. Äh, ja. Haben wir sonst noch irgendetwas Schönes. Wie gesagt, könnte ich... Könnte ich schon beibringen, aber es würde nichts bringen. Da wir ja gegen eine Eistuse kämpfen. Wir teilen jetzt mal die Sonderbonbons für das... Nee, noch nicht. Oder? Soll ich die Sonderbonbons auf? Warte. Volles Verteidigungswert. Spezialangriffswert. Das gebe ich mal gerade. Blitzer. Ping. KP+. Geil. Volles Getränk. Was das Leben erhöht. Das gebe ich mal dieser Floor, weil das hier mit Abstand gut Leben hat. Spezialverteidigung. Das war... Das war... Das war... Wem gebe ich das? Ich meine, Blitzer hatte eine hohe Spezialverteidigung. Blitzer gebe ich das mal. Der ist ja gegen Eisattacken einigermaßen gewappnet. Ach, habe ich das zweimal? Was ist so? Dann gebe ich das dieser Floor auch noch. Wurde angehoben. Carbon. Der Init-Wert. Das gebe ich dieser Floor, weil man nie weiß, wann das Vieh angreift. Ja. Das hätten wir noch... Was haben wir noch? Äh... Äh... Wir haben... Eisen. Und Verteidigungswert annimmt. Das gebe ich Knogga. Ähm... Hat jedes Pokémon ein Item? Blö. Warum auch? Boah, bin ich blöd. Schutzbank. Die Frage gegeben werden kann. Es hebt die Erstschlagsquote. Komm. Ja, das ist hier jetzt die Frage, liebe Leute. Habe ich überhaupt irgendwas Gutes? Unlichtattacken. Ja, ich habe auch so viele Unlichtattacken bei mir. Oh, ne. Zweiter Versuch. So. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorai, bla bla. Ich gehöre zu den besten Eis-Pokémon-Trainern und so weiter und so fort. Bist du bereit? Ja, klar. Diesmal bin ich wirklich bereit. Naja, das heißt wirklich bereit. Aber wir sind wieder voll. Round two. One. Na bitte. Hagelsturm. Habe ich schon erwähnt, wie geil ich diesen Hagelsturm finde? Jetzt mal ganz im Ernst. Der ist total creepy. Finde ich. Und nervig. Donner, bitte triff. Danke. Bam. Und tschüss, Yugong. War sehr nett mit dir. Nicht. Bom. 45. Boah. Austaus kommt als nächstes in den Kampf. Will ich tauschen, Gottverdammt. Nein. Die Frage ist, welchen hatte ich nochmal gegen Lamos? Das war, glaub ich, Bisa Flora, ne? Ne, ich weiß es gar nicht. Erstmal Schockwelle. Bam. 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 Boah. Das war... Das war gut. Glitzer, du bist mein Held. Ja. Die Frage... Die Frage aller Fragen. Was setze ich jetzt gegen... Lamos ein? Komm, weißt du, ich behalte erstmal Glitzer. Vorne. Das ist Hagel. Das ist schön. Er verletzt sich selber. Das wird hier... Händeringend... Werde ich das hier durchziehen? Donnerwelle erstmal. Ne kleine Paralyse. Kann ja nicht schaden. Ja. Hagel du mal weiter, ey. Uh, ein Fassboard. So. Das beherrschte Surfer. Ähm. Komm, dann machen wir das. Probieren wir es mal. Ich hab nämlich voll vergessen, wie die Schadenszahlen waren. Die waren recht positiv, möchte ich mal. Höh. Au. Au, 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 au. Ich könnte es jetzt auf einen Schlag beenden. Ich könnte es aber auch lassen. Ich werde es... Alles auf eine Karte. Ohne, die Karte hat mich nicht enttäuscht. Ha. Boah. Das war sauknapp. Lapras. Will ich tauschen? Zur Hölle eigentlich nicht. Aber... Aber... Der Witzer braucht eine Pause. Muss es mal heilen. Ich werde da gerade mal... Warte mal, ähm... Hab ich noch einen Hypertrank? Ja. Wunderbar. Au. Nein. Ey, was... Du glückliche... Wenn du mir noch einen reinhaust, dann... Au-chi-wau-wa. Lässt du das wohl sein? Lässt mal noch einen Hypertrank reinwerfen. Hätte auch gut eine Top-Genesung reinwerfen können. Donner. Nein! Blitzer, warum enttäuschst du mich so? Ja, das war's. Boah. Tschüss. Och, komm, Blitzer. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt kack ich wieder gegen Lapras ab. Ich fass das nicht. Boah, wie mir dieses Pokémon auf die Eier geht. Sonntag. Komm. Nein. Boah, bitte halt es aus. Komm. Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Dieses Pokémon. Gott verdammte. Boah. Ne, Alter. Also. Ich weiß nicht mehr weiter, liebe Leute. Noch ein mehr Rang. Jetzt kommt ein Surfer oder... Ein Eisstrahl, ja. Tschüss, Knogger. Dieses Lapras, das geht mir gerade sowas von gegen den Strich, liebe Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Boah. Psychokinese. Scheiße. Problem ist, ich mach keinen Schaden mit dem Mut. Gleich wird sie sich wieder hochheilen, ja. Das heißt, reicht hinten und vorne nicht, liebe Leute. Äh. Wenn sie zu weit unten ist, wird sie Top-Genesung usen. Und dann ist sowieso aus. Schicht im Schach. Also ist schon quasi jetzt entschieden. Zwei Tote. Sogar drei. Vier. Vier. Das hält keiner aus. Liebe Freunde, ich würde sagen, das bringt nix. Also. Ich könnte jetzt hier noch Jahre dran hocken. Allerdings dürftet ihr danach so ein bisschen die Lust verlieren. Und ich, äh, schieb hier ein bisschen Frust. Worauf ich eigentlich überhaupt keine Lust habe. Ich, äh, schieb hier. Ich, äh, schieb hier. Ich, äh, schieb hier. Ja. 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 Ich, äh, schieb hier. 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 Ja. Das ist so unnormal. Ja. Kein kampffähiges Pokémon mehr. Und tschüss. Preisgeld muss ich auch noch abgeben. Iiiieieiiei. Ja, ich rannte zum Pokémon Center, um die erschöpften und besiegten Pokémon zu halten. Ja, liebe Freunde, wir kommen nicht drum rum. Ich schätze. Nein. Ich will nicht schon wieder. Wie viel Geld haben wir noch? Ja, nix, würde ich sagen. Ähm. Und werden noch ein bisschen in der Siegesstraße trainieren. Auch wenn ich da ehrlich gesagt mal überhaupt keine Lust zu habe. Aber wir haben noch zwei Sonderbomben. Drei Sonderbonbons sogar. Und... Werde ich jetzt mal verteilen. Knogger ist gleich Level Up. Das bringt's nicht. Dieser Floor hatte noch... So. Gucken wir gerade noch den Rest. Blitzer war gleich wieder Level Up. Oh-Mod kann ich eins geben. Tau-Boss. Für Oh-Mod und Tau-Boss. So. Bommort. Und Tau-Boss. So. Dann wollen wir mal Zurück in diesen Scheißladen hier